Herzlich Willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um die Geschichte der Hexenverfolgung. Ich werde das Ganze in zwei Teilen abhandeln. Im ersten geht es um die Grundlagen. Wie kommt es überhaupt zur Hexenklauben, zur Hexenverfolgung an sich? Da gibt es einmal die Sicht auf Magie im Mittelalter, der Glaube und so etwas. Und dann gibt es die rechtliche Grundlage. Wie wird Recht im Mittelalter überhaupt gemacht? Ich wollte immer schon mal einen Film machen über Recht. Es wird hier in einer sehr kleinen Variante sein, aber es ist einfach nicht auszublenden. Im zweiten Teil geht es dann um die tatsächliche Praxis der Verfolgung und um die Rezeption des Ganzen sowohl damals als auch heute. Bevor ich anfange, noch die kurze Werbeeinblendung. Der Film wird wie immer gesponsert von der BBG. Und heute möchte ich kein spezifisches Buch vorstellen, sondern eine ganze Reihe. Auch wenn Hexen nachher ne vorkommt, es gibt die Reihe Geschichte kompakt bei der BBG. Da gibt es zum Beispiel dieses Buch Hexen und Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit. Das gibt es nur noch als PDF. Leider. Es ist aber ein sehr, sehr gutes Grundlagenbuch. Ich habe mich zum Teil darauf bezogen in diesem Film. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Buch, das ich persönlich sehr mag, da es meine ehemalige Professorin geschrieben hat. Das hatte ich auch schon mal vorgestellt. Die mittelalterliche Stadt von Felicitas Schmieder. Auch ein sehr, sehr gutes Buch. Und in diesen Büchern ist der jeweilige Teil der Geschichte sehr, sehr gut vorgestellt. Zusammengefasst. Forschungsüberblick wird gegeben. Also für jeden, der so ein bisschen mehr als populärwissenschaftliche Inhalte haben will, der ist da sehr, sehr gut bedient. Und ich darf fünf Bände verlosen. Und diesmal machen wir es ein bisschen anders. Ihr könnt entweder unter allen Kommentaren verlose ich was. Wer aber in seinem Kommentar reinschreibt, welchen Band er möchte, der bekommt den auch. Geht mal auf den Link, der unten in der Videobeschreibung steht. Guckt euch da um. In der ganzen Reihe. Sagt mir, welchen Band ihr haben möchtet. Und den könnt ihr gewinnen. Hexen sind heute ein sehr, sehr bekannter Begriff. In der Fantasy finden wir den. Im Rollenspiel ist er da. In Filmen ist er nicht wegzudenken. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen von Hexen. Manchmal sind es die bösartigen Kreaturen, von denen man damals gesprochen hat. Also das Bild der bösen Hexe. Wir kennen es aus Krims Märchen. Es hat sich in die Fantasy überzogen. Teilweise gibt es aber auch eine positive Rezeption. Leute, die sie selbst als Hexen bezeichnen. Leute, die es sogar zu ihrer Weltanschauung gemacht haben. Mit den Wicca gibt es da eine Religion, die darauf fußt. Also wir haben eine ganz, ganz breite Basis oder ein ganz, ganz breites Spektrum an Hexen in unserer Populärkultur. Die Hexenverfolgung ist auch sehr bekannt. Dürfte tatsächlich ein der bekanntesten Bild der Vergangenheit sein, die Hexenverfolgung. Es gibt aber wahnsinnig viele Irrtümer. Fast alles, was man so landläufig über die Hexenverfolgung hört, ist einfach falsch. Sie wird ins Mittelalter verortet. Die Inquisition hat die Hexen gejagt. Eine allmächtige Kirsche steckt dahinter. Teilweise gibt es, es ist eine Reihe, eine Frauenfeindlichkeit. Es soll sogar ein Femizid gewesen sein. Es sollen gezielt Rothaarige verfolgt worden sein, gezielt Hebammen, gezielt gebildete Frauen. Letztlich passt nichts davon in die tatsächlichen Ereignisse, aber sie werden sehr, sehr weit rezipiert. Auch die Opferzahlen gibt es riesige Mengen. Und im zweiten Teil werden wir auch darauf eingehen, wie diese Wahrnehmung zustande gekommen ist, was teilweise dahinter steckt. Das ist nicht nur Falschwahrnehmung, das ist teilweise sogar sehr gezielte Falschwahrnehmung. Diesmal geht es aber mehr um die Hintergründe des Ganzen. Wir fangen an mit dem Magiebild, nicht nur des Mittelalters, auch der Antike. Eigentlich haben wir in allen menschlichen Kulturen immer den Glauben an Zauberei und wir haben immer auch den Glauben an Schadzauberei. Selbst in babylonischen Quellen finden wir Schadzauber, Menschen schaden anderen Menschen durch Magie. Und auch in der Antike ist das sehr, sehr weit verbreitet. In der Spätantike können wir so ein bisschen sehen, was davon ins frühchristliche Europa übergeht. Zum Beispiel solche Figuren wie Lamia oder Strigae werden da weiter rezipiert. Hier ist zum Beispiel ein Spätersbild, aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Lamia. Gibt es in verschiedenen Varianten, Schlangenleib, Körper einer Frau. Solche Fabelwesen gibt es eigentlich immer. In der frühen Phase der Christianisierung haben wir dann zum Beispiel bei Augustinus von Hippo die Idee eines Teufelspaktes. Jedwende Art von Magie entspringt einem Pakt mit dem Teufel und dazu gehört auch der sexuelle Verkehr mit einem Inkubus. Also der Teufel in Gestalt eines schönen Mannes als Inkubus oder einer Frau als Sukubus verkehrt mit dem jeweiligen Zauberer. Die frühe Kirche spricht dem allerdings Wirkung ab. Das ist so eine Strategie in der Christianisierung, dass den alten Göttern, den alten Riten, jedwelche Wirkung abgesprochen wird. Auch die Magier, es gibt eine antike Magier, die offen als Magier auftreten, wird gesagt, das ist Aberglauben und die frühe Kirche ist da sehr, sehr strikt. Es gibt außer Gott keine andere Macht, die dem nahe kommt und dementsprechend ist das alles vier Elefants. Auch Augustinus sagt, dieser Teufelspakt ist letztlich, der wird zwar gemacht, das ist auch Abfall von der Kirche, aber letztlich hat das alles keine Wirkung. Im Mittelalter bleibt es bei diesem Grundsatz, aber wir finden auch Beispiele dafür, dass eben trotzdem der Glaube da ist. Unter Karl dem Großen, 87, wenn jemand einen Mann oder eine Frau verbrenne, weil er nach Art der Heiden glaube, diese hätten Menschen verzehrt, das wird von Striga ja gesagt, dann soll er selbst mit dem Tod bestraft werden. Hier wird also die abergläubige Verfolgung von angeblichen Fabelwesen unter Strafe gestellt. Sehr spannend. Agobard von Leon verspottet den Glauben an Zauberer, denn Bauern kommen zu ihm und sagen, dass Zauberer in Luftschiffen gekommen seien und die Erde zerstört hätte und er macht sich darüber lustig. Es gibt Brief von ihm, wo er sich darüber lustig macht, über diesen unsinnigen Aberglauben. Auf dem Reichstag in Worms beträngen allerdings die Bischöfe Ludwig den Frommen gegen Schadzauberei vorzugehen, was er ablehnt, aber sie sagen, hinter Gewitter und Hagel steht eben Schadzauberei. Und im Kanon Eskopi vom 10. bis zum 12. Jahrhundert, eine längere Entstehungsphase, wird, ich zitiere das, es gebe Frauen, das hier tatsächlich auf Frauen beschränkt. Die glaubten, sie würden nachts mit der Göttin Diana über große Strecken durch die Luft fliegen. Ihnen sollten die Priester verdeutlichen, dass dergleichen nicht in Wirklichkeit geschehe, sondern eine vom Teufel hervorgerufene Halluzination sei. Da haben wir schon einen Baustein des Hexenglaubens, die durch die Luft fliegen, aber hier ist das, was fast das ganze Mittelalter über Bestand haben wird. Es wird als Illusion gesehen. Der Teufel hat keine wahre Macht, er kann nur Trugbilder erschaffen. Die Leute bilden sich das nur ein. Das bleibt bis ins 40. Jahrhundert eigentlich kirchliches Dogma, dass Magie, wenn dann von Gott kommt und der Teufel keine wahre Macht hat. Wir finden sogar ein Beispiel für Selbstjustiz im Bistum Freising im Jahre 1090. Eine Menschenmenge habe drei Frauen beschuldigt, Giftmücherinnen zu sein und Verderberin von Menschen und Frucht. Obwohl man sie trotz mehrfacher Folterung nicht zu einem Geständnis herbebringen können, verbrannte man die drei Frauen am Ufer der Isar. Der geistliche Grundist verurteilt diese Tat klar als heidnig. Die Unschuldsbetäuerung der Opfer dagegen gelten ihm als wahrhaft christlich. Und so erlitten sie im Feuer den Märtyrer-Tod am 18. Juni und wurden von einem Blutsverwandten am Ufer begraben. Später trug sie ein Priester und zwei Mönche hinweg, begruben sie im Vorhof von Weihen Stephan, in der Hoffnung, dass sie in Wahrheit der christlichen Gemeinschaft würdige seien. Die Opfer sind hier die Christlichen und die Täter sind die beiden. Das ist tatsächlich im Frühmittelalter, im Früh- und Spätmittelalter Stand der Kirche. Magische Praktiken bleiben trotzdem üblich, auch im Kleinen. Es gibt immer, es gibt kleine Formeln, es gibt Zeichen, die man überall findet. Der magische Glauben bleibt unverändert. Es gibt sogar selbst in der Kirche, selbst Kleriker, Gelehrte, die sich als Magier bezeichnen. Die sagen, sie würden Magie ausüben und so Dinge wie Alchemie und so weiter. Da ist kein großer Unterschied. Selbst Astrologie, wird im Prinzip als eine Form der Magie gesehen, auch Wahrsagerei, alles Magie. Und lange Zeit im Mittelalter ist das etwas, was nicht so negativ gesehen wird, wenn es eben keine Schadenszauberei ist. Schadenszauberei ist auch recht abgetrennt, aber ansonsten die gute Magie, die weiße Magie, da hat man kein großes Problem mit. Selbst später heilig gesprochene Kirchenlehrer haben sich damit beschäftigt. Den Umschwung finden wir dann im Prinzip ab dem 11. Jahrhundert sehr, sehr langsam. Da gibt es einen kleinen Exkurs, denn in der Zeit beginnt die Bekämpfung der Katara und Valdensa. Ab dem 11. Jahrhundert entstehen die Katara als Gegenbewegung zur eigentlichen Kirche, denn in der Zeit wird die Geldwirtschaft immer verbreiteter und auch die Kirche stellt sich darauf ein. Sie macht mehr Geldgeschäfte. Später zum Beispiel haben wir die Templer dabei und als Gegenbewegung dazu kommt eben diese Katara-Sekte, die sich selbst der Armut verschreibt und das komplett ablehnt. Und die schaffen es beinahe eine Gegenkirche aufzubauen. Die kriegen eine weite Verbreitung, kriegen auch große Anhängerschaft, ist mal wieder so eine Bewegen innerhalb der Kirche zur wahren Kirche, zum wahren Glauben, zum einfachen Leben. Das haben wir immer wieder. Und die haben einen ausgeprägten Dualismus. Die glauben daran, dass die diesseitige Welt unter dem Einfluss des Teufels steht, unter dessen Herrschaft und die jenseitige Welt, die ist dann Gotteswelt. Und diesen Dualismus, den predigen sie auch. Und daraus kommt mit einem Vorwurf, sie würden den Teufel verehren. Zisterzenser werden in die Gebiete der Katara geschickt, um zu predigen. Das funktioniert auch eine Zeit ganz gut. Dann allerdings schlägt das Ganze um. Die Kirche schlägt quasi zurück. Ab 1208 kommt es zum Albigenser-Kreuzzug und zum Krieg. Vor allem in Südfrankreich, im okzitanischen Gebiet, sind die sehr stark. Auch der okzitanische Adel, der quasi in Opposition zum Frasilisien-König steht, unterstützen die Albigenser bzw. die Katara. Und es kommt tatsächlich zu einem sehr großen Krieg. Städte werden belagert, Leute werden niedergemacht. Das ist tatsächlich eine der blutigeren Auseinandersetzungen im Mittelalter. Und bis etwa 1310 schafft man es, die Katara beidesgehend zu vernichten. Sie tauchen immer wieder auf. Die Verfolgung ist auch immer wieder da. Aber ihre Machtzentren sind gebrochen. Vor allem Dominikaner und Franziskaner, die Bettelorden, die rhetorisch sehr geschult sind, werden in die Gebiete dann geschickt, in die E-Mail-In-Katara-Gebiete, um eben die einfachen Leute zu erreichen, sie von diesem Irrglauben abzubringen. Eine andere große Gruppe sind die Waldenser. Petrus Walder ist ein Kaufmann aus Lyon, geboren 1218. Gründet sie. Der tritt als Laienprediger auf, was die Kirche auch nicht so wahnsinnig gerne sieht, verbreitet volkssprachige Bibelübersetzungen eben in Französisch, was ebenfalls auf Widerstand stößt. Und auch diese Waldenser werden verfolgt. Vor allen Dingen im westlichen Alpenraum haben wir sehr spät noch Verfolgungen. Da haben wir im 14. Jahrhundert auch einen ausgesprochenen Kreuzzug. Es gibt größere Verfolgungen. Dort sind Franziskaner im Einsatz eben auch, um sowohl zu predigen als auch die Leute dort seelsorgerisch zu betreuen. Und das wird noch zu einem Problem werden. Es gibt hier eine ausgesprochene Propaganda. Vor allem gegen die Waldenser wird eben da ein Narrativ aufgebaut. Sie seien Teufelsanbeter. Sie seien Ketzer und ihnen werden magische Handlungen unterstellt. Magie und Ketzerei rücken im 14. Jahrhundert in der Wahrnehmung plötzlich zusammen. Ihnen wird, man spricht von der Synagoge des Teufels, der Begriff eines Sabbats taucht auf. Da werden natürlich anti-jüdische Bilder übernommen und in diese Propaganda eingebaut. Sie würden einen Götzendienst feiern, Teufelskult, Kinderopfer wird ihnen nachgesagt. Wieder natürliche Unzucht. Das haben wir auch in der späteren Hexenverfolgung. Und jetzt plötzlich wird ihre Magie als wirkungsmächtig und gefährlich angesehen. Sie ist nicht mehr ungefährlich. Es ist nicht mehr nur Trugbild. Auf einmal werden diese Handlungen, die Wirkung wird als real angesehen. Auch sonst werden in machtpolitischen Konflikten, zum Beispiel im Templer-Prozess, magische Handlungen aufgenommen. Auch gegen Papst Bonifaz VIII. Der wird nach seiner Bestattung ausgegraben. Gegen ihn wird ein Prozess geführt. Das abendliche Schisma, das verstärkt das Ganze nur noch. Die Gegenseiten bezichtigen sich gegenseitig der Heresie, der Ketzerei und eben magische Handlungen. Und auch auf dem Konzil von Basel im 1400 wird das immer wieder der Gegenpartei vorgeworfen. Teufelsbutschaft ist auf einmal ein Schlagwort. Die juristischen Grundlagen. Wir haben im Mittelalter weitestgehend germanische Rechtstraditionen. Also im Mittelalter im engeren Sinn unserer Region. Heiliges Römisches Reich. Da haben wir einen starken Bezug auf germanische Rechtstraditionen. Vor allem viel Gewohnheitsrecht. Relativ wenig kodifiziertes Recht. Und es gibt das sogenannte Akkusationsverfahren. Daraus kommt heute der Grundsatz, wo kein Kläger, da kein Richter. Den haben wir heute noch im Zivilrecht. Im Strafrecht haben wir ihn nicht mehr. Damals hatten wir ihn im Strafrecht. Also nur ein Verbrechen, das auch beklagt wird, angeklagt wird. Das wird auch verfolgt. Der Richter ist dabei eine unparteiische Instanz. Die beiden Seiten treten gegeneinander auf. Dementsprechend haben wir auch noch keine Verteidiger und auch noch keine Ankläger in der Zeit. Denn es gibt ja einen, der als Kläger auftritt, aber in seinem privaten Interesse. Und es gibt einen Angeklagten. Beweis, die wichtigen Beweismittel sind der unmittelbare Augenschein. Also wenn ich jemanden in Flakranti ertappt habe, das ist ein wichtiger Beweis. Tatgegenstände, das berühmte Corpus Delicti, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und die Eide der Zeugen. Leumutszeugen. Zeugen, die müssen nicht Tatzeugen sein. Tatzeugen sind super, aber Leumutszeugen sind auch was wert. Und auch der eigene Leumut ist wichtig. Wenn jemand ein Adliger ist und weitere Adelige für sich bezeugen lassen kann, das ist vor Gericht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der durchaus entscheidend sein kann für den ganzen Prozess. Gibt es keine klare Situation, dann kommen auch Gottesurteile in Anwendung. Ganz, ganz lange im Mittelalter haben wir diverse Gottesurteile. Das kann der Zweikampf sein, das können aber auch alle Arten von Prüfungen sein. Die Kirche arbeitet da dagegen. Ab dem 13. Jahrhundert verbietet sie ihren Priestern zum Beispiel die Teilnahme an solchen Gottesurteilen. Hält sie wenig von, erstaunlicherweise. Wichtig ist bei diesem Recht, es gibt keine schriftliche Dokumentation. Urteile vielleicht, aber der Prozess an sich wird nicht aufgeschrieben. Wir leben in einer wenig schriftlichen Kultur. Es gibt dann Sonderformen wie das Femrechten, sowas. Die lasse ich jetzt mal aus. Es soll einfach ein grober Überblick sein. Im 13. Jahrhundert nimmt die Ketzer Verfolgung, also Katara und Valdenser, vor allem Katara werden auch als Ketzer bezeichnet und deren Verfolgung nimmt eben Fahrt auf und die katholische Kirche gründet die Inquisition. Ursprünglich ist die Inquisition eine Disziplinarmaßnahme gegen Kleriker, die abfallen. So wird sie auch aufgezogen. Sie ist an sich das informelle Gespräch, das dann in einem Prozess endet und das Vorbild dafür ist das römische Prozessrecht. Klar, die Kirche hat ihre Aufzeichnung, die kennen die Aufzeichnung des römischen Prozessrechts. Das übernehmen sie. Und jetzt haben wir eben nicht mehr das Akkusationsverfahren, sondern es gibt jetzt ein Verfahren von oben herab. Die Inquisition sieht, aha, da ist eine Tat begangen worden. Die schreitet ein. Dementsprechend gibt es einen Ankläger, aber Ankläger, Untersuchungsrichter und Richter sind normalerweise eine Person. Dafür gibt es einen Verteidiger und es werden solche Dinge genutzt wie die Zeugenbefragung. Also der tatsächliche Tathergang ist jetzt wichtig. Das ist im germanischen Recht nicht wirklich so. Man versucht auch Indizien zu finden und der Indizienbeweis ist auch zugelassen, was ja zum Beispiel im germanischen Recht so gut wie gar nicht ist. Es ist nicht öffentlich, aber es ist komplett verschriftlicht. Ein Inquisitionsprozess ist im Prinzip von vorne bis hinten aufgeschrieben und kann auch später wieder eingesehen werden. Ganz wichtiger Punkt für die Entstehung des Berufs des Juristen im Prinzip, weil der alte Akten einsehen kann. Das ist, wie schon gesagt, kein Akkusationsverfahren, sondern ein Offizialprinzip. Also es muss keinen Ankläger geben. Die Strafen der Inquisition sind im ersten Schritt erstmal milde. Das Ziel der Inquisition ist nicht die Bestrafung, sondern das Rückholen des Täters in die Gemeinschaft der Kirche. Und im Prinzip gibt es Bußstrafen, die unterschiedlich schwer ausfallen. Teilweise baut die Inquisition auch goldene Brücken. Lass ab von deinem Irrtum, kehr zurück und alles ist wieder gut. Die Rückfälligkeit ist dann das Problem. Wird man rückfällig, dann werden die Strafen harscher und wenn sie die Inquisition entscheidet, du bist nicht rettbar, du bist ein verstockter Ketzer, dann übergibt sie den Angeklagten an ein weltliches Gericht. Denn das Problem ist, dass sich auch in der weltlichen Gerichtsbarkeit etwas ändert. Denn die Ketzerei wird zum Verbrechen gegen den Kaiser erklärt. Schon im römischen Recht gibt es das Majestätsverbrechen. Genau da wird jetzt die Ketzerei eingeordnet. Und damit ist sie todeswürdig. Friedrich II., ausgerechnet Friedrich II., der selbst im Klinsch mit der Kirche steht, erlässt zwischen 1220 und 1238 diverse Ketzereigesetze, erlaubt dabei die Folter, setzt als Strafe für den Feuertod und die Güter werden konfisziert. Das sind ganz wichtige Bestandteile, die auch in der Inquisition natürlich Anwendung finden, denn sie sind ja recht. Und wenn dann eben die Inquisition einen Angeklagten an weltliche Gerichte übergibt, dann ist die Todesstrafe für den quasi vorgesehen. Die Inquisition tut das tatsächlich nicht. Die hält sich davon fern. Prüster dürfen das nicht. Die haben auch keine Schergen, die die Leute verbrennen. Das ist tatsächlich, wird immer an weltliche Gerichte übergeben. Gibt es dann einen weiteren Wechsel der Auffassung? Aus dem Ketzereiverfahren wird ein Prozessus Extraordinarius. Ein sogenanntes Ausnahmeverfahren. Die Position des Angeklagten wird geschwächt, denn seine Verteidigungsmöglichkeiten werden eingeschränkt. Die Anklage durch Denunziation wird zugelassen. Also es muss nicht mal ein öffentlich auftretender Ankläger da sein. Im germanischen Recht musste immer jemand aufstehen und sagen, hier, ich klage dich an. Und eigentlich auch im normalen Verfahren ist das so. Es muss einen Ankläger geben. Im Prozessus Extraordinarius muss es das nicht geben. Auch Zeugen wie Kinder, Frauen, Verbrecher, Komplizen, die werden plötzlich als Zeuge zugelassen. Die haben eigentlich keinen Zeugenwert im normalen Verfahren. Hier wird ihre Aussage zugelassen. Die Folter ist zugelassen. Auch das noch mit relativ geringem Einstiegshöhe. Das ist im normalen Verfahren gar nicht so einfach, die Folter erstmal zuzulassen. Hier ist es sehr einfach. Und es gibt auch Verurteilungen ohne Geständnis aufgrund des Indizienbeweises. Die Begründung dafür, dieses Recht zu ändern, ist, dass das Delikt, die Hexerei, die Ketzerei, so ein schwerwiegendes Verbrechen gegen die Gemeinschaft der Christen ist, dass es nötig ist, hier zu drastischen Maßnahmen zu greifen. Das Ganze basiert eben viel auf dem römischen Recht. Sowohl im Kirchenrecht war es ja wichtig, an den Universitäten. Die Juristen lernen ebenfalls römisches Recht, können das also auch ansetzen. Und das römische Recht bringt eben vor allem die Folter mit. Es gab sicherlich auch im germanischen Recht Folter und auch als Missbrauch. Aber die Folter ist nie ein integraler Bestandteil der germanischen Rechtsprechung oder der germanischen Rechtstradition. Im römischen Recht, also im antikrömischen Recht, wurde Folter ursprünglich nur gegen Sklaven angewendet. Aber wir haben da genau dieselbe Änderung. Im ersten Jahrhundert gibt es eben dann das Majestätsverbrechen, in dem die Folter auch gegen Bürger angewendet werden darf. Also wir haben genau dieselbe Begründung, die wir hier im Mittelalter wiedersehen. Grundsätzlich ist die Folter in ihrer Verwendung eingeschränkt. Die Hürden sind vergleichsweise hoch. Und die Schwere der Folter wird immer wieder festgelegt. Als die Kirche die Folter einführt, wird auch gesagt, es dürfen keine Glieder zerschlagen werden. Und es darf zwar Schmerz zugefügt werden, aber kein bleibender Schaden. Das haben wir immer wieder. Aber wir haben auch immer wieder den Punkt, dass es nicht wirklich durchgezogen wird. Also werden wir später. Wir sehen später Folter, die verkrüppelt und alles. Mit der Entstehung des Glaubens an Hexerei, da komme ich gleich nochmal zu, kommen wir eben genau zu so einem Ausnahmeverbrechen, dem Crimen Expectum, das eine besonders harte Bestrafung, ein besonderes Verfahren erfordert. In den weltlichen Gerichten nach dem Mittelalter haben wir immer mehr eine Abkehr der Rechtsprechung durch den Adeligen selbst. Es wird immer mehr zu Gerichten gegriffen, die von Juristen besetzt werden. Und sogenannte Hochgerichte haben die Blutgerichtsbarkeit. Die haben wir im ganzen Heiligen Römischen Reich. Adelige sprechen nicht mehr selber das Recht. Auch die Herrscher sprechen nicht mehr selbst Recht, sondern das tun für sie Juristen in einem Hochgericht, die dann eben nach immer mehr kodifiziertem Recht, das auch immer mehr dem römischen Recht ähnelt, Recht sprechen. Das Fatale an dieser ganzen Gemengelage ist dann, dass eine neue Vorstellung aufkommt. Wir haben jetzt die wirkungsmächtige Magie. Wir haben schon bei den Valdensern die typischen Theorie, die typischen Topoi, die zum Hexenglauben gehören. Und daraus das Ganze innerhalb von sogar nur einer Generation, wir können es ziemlich klar zwischen 1420 und 1440 festsetzen, da haben wir gerade so eine Welle der Verfolgung, entsteht die Vorstellung einer mächtigen heretlichen Sekte der Hexens, Hexensabbats, die in ganz Europa vorhanden ist, die im Hintergrund die Strippen zieht, die am Verderben der Welt arbeitet, die mit dem Satan im Bunde stehen und denen alles mögliche angelastet werden kann. Sie bedrohen die Christenheit. Wir haben hier zum Beispiel dieses Bild aus einer mittelalterlichen Handschrift, 14. Jahrhundert, ich glaube sogar 15. Jahrhundert, frühes 15. Jahrhundert, bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Hier sehen wir Frauen auf Besen fliegen. Es sind aber keine Hexen. Es sind Valdenserinnen. Da haben wir eine Frühform des Ganzen. Es sind noch nicht Hexen, auch weil wir es natürlich sofort sagen würden, weil wir entsprechend geprägt sind. Aber hier haben wir genau diesen Topos mit dem durch die Luft fliegen, der inzwischen ja auch für wahrhaftig gehalten wird. Also es wird gesagt, die Frauen können tatsächlich fliegen. Die Zauberei ist ja mittlerweile wirkungsmächtig. Und diese Vorstellungen eben werden zu einer Verschwörungstheorie. Man kann es nicht anders nennen. Es ist eine Verschwörungstheorie, die sehr, sehr breite Kreise zieht. In den Handbüchern der Inquisition taucht es auf. Es taucht in diversen Handschriften als 15. Jahrhunderts auf. Vor allem in juristischen Kreisen, lustigerweise an Universitäten wird es verbreitet. Und der Ausgangspunkt ist das westliche Alpengebiet. Sowohl der französischsprachige Teil als auch der Schweizer Teil. Also zum Beispiel das Wallis ist da ein ganz wichtiger Punkt. Dort hatten wir Ende des 14. Jahrhunderts noch Valdenser Verfolgung. Dann kamen die Franziskaner, haben dort eben gepredigt, haben genau diese Propaganda betrieben. Und diese Propaganda fällt auf fruchtbaren Boden und der Hexenklauben entsteht. Und von da aus breitet er sich vor allem an den Handelswegen, an den Flusswegen über Europa aus. Im 15. Jahrhundert haben wir schon die ersten Verfolgungswellen. Die sind noch vergleichsweise klein, aber es gibt sie schon. Man kann sie schon beobachten. Und das berühmteste oder berüchtigste Buch aus dieser Zeit ist dann natürlich der Maleus Maleficarum, der Hexenhammer des Heinrich Kramer oder Heinrich Institoris. 1486, 1487 schreibt er das. Der stammt aus dem Elsass, hat dort bereits Hexenverfolgung erlebt. Ihm ist das Ganze zu lasch. Er geht nach Rom und reicht da eine Bulle ein, die auch tatsächlich vom Papst ausgefertigt wird. Die stammt nicht vom Papst, die stammt von Heinrich Kramer. Der hat das selbst geschrieben, aber im Prinzip die Kanzlei des Papstes bestätigen das Ganze. Und damit geht er auf Hexenjagd. Versucht es erst in Innsbruck. Das funktioniert nicht so richtig gut. Der dortige Bischof lässt eine Untersuchungskommission einsetzen, kasiert die Urteile alle wieder ein, sagt im Prinzip wörtlich, Heinrich Kramer hat sie nicht mehr alle und jagt ihn davon. Das funktioniert so nicht. Aber Heinrich Kramer schreibt dann eben den Hexenhammer, versieht ihn außer dieser Bulle noch mit einer gefälschten Expertise der Universität in Köln. Und das Ganze hat Erfolg. Damit schaffte er es, weltliche Gerichte auf seine Seite zu bringen. Denn die weltlichen Gerichte waren ja zuständig für das Ganze. Die sind tatsächlich die, die am Ende Hexenjagen. Und wir haben auch ein Beispiel für die Radikalisierung in dieser Zeit. Wille von Bernkastell ist Mitglied des Klosters Eberhards-Klausen. Da gab es eine Marienwallfahrt und er hat die geprächtlichen Menschen dort gesehen. Die Leute mit Leiden, die um Linderung beten. Und er hat sich Gedanken gemacht, hat es auch aufgeschrieben über die Ursache. Wie kommt es, dass so viele Leute so geplagt sind? Was kann dahinter stecken? Und er schreibt, er liest dann zwei Traktate dazu, unter einem den Hexenhammer. Und danach ist er überzeugt, dass Hexen dahinter stecken. Also da können wir in seinen Schriften tatsächlich eine Radikalisierung sehen. Er wird Anhänger dieser Verschwörungstheorie und beginnt eben auch dann Leute zu befragen, die Pilger zu befragen, woher das kommen könnte. Und wenn er dort Namen hört, die dafür verantwortlich gemacht haben, dann schickt er die auch in die entsprechenden Behörden, damit sie verfolgt werden. Er wird also im Prinzip zu einem Mittler der Hexenverfolgung. Das ist jetzt der erste Teil unseres Films über die Hexen. Wir sind jetzt im Prinzip Ende des 15. Jahrhunderts angelangt. Wir haben seit etwa 1440 diesen Glauben an eine allumfassende, überall dahinter steckende Sekte von Hexen, die wirklich zu einer Art Panik führen. Ich meine, da haben wir Parallelen heutzutage. Also wenn wir heute davon hören, dass irgendwelche Reptoloiden hinter dem Deep State stecken und hinter der Regierung stecken und so, das ist letztlich gar nichts anderes. Und wir hatten auch schon den Aktionismus. Es gibt da ganz berühmt Pizzagate. Ein bewaffener Amerikaner ist in Washington vor einer Pizza aufgelaufen, von der er ihm gesagt wurde, er war überzeugt, dass dort Kinder gefangen gehalten werden, um aus deren Blut Atenochrom zu gewinnen und die Eliten am Leben zu erhalten oder die Reptilien am Leben zu erhalten. Also letztlich, wir haben wieder genau dasselbe. Wir haben unheilige Pakte, wir haben Kindesmissbrauch, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von sowas, düstere Kulte. Das finden wir heute ganz genau. Das finden wir auch im anti-jüdischen, im antisemitischen Teil. Also auch in der Judenfeindlichkeit gibt es immer wieder solche Vorwürfe. In irgendeiner Variante gibt es diese Verschwörungstheorie bis heute. Die Hexenverfolgung ist letztlich eine besonders aus dem Ruder gelaufene. Im zweiten Teil wird es dann um die tatsächliche Anwendung dieser Verfolgung gehen. Es geht aber auch darum, wie die Zeitgenossen und auch spätere Menschen das Ganze rezipiert haben, was daraus geworden ist und wie sich das Ganze bis heute in der Wahrnehmung hält. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der erste Teil, wenn ja, lasst ein Like da, schaltet beim zweiten Teil wieder ein. Den gibt es in genau einer Woche. Ich freue mich ansonsten auf eure Kommentare, werde so viel davon beantworten, wie ich möchte. Lasst uns darüber diskutieren und bis dahin macht's gut und bleibt gesund.